HÜH Ich kann keine Leute mehr nixen Okay ich kann noch einen nixen warte A, Tricks Hm Nix AHHHHH WOOOOO Oh bruh XGO Ok Jungs 3 13er ne 3 4 4 Hier und dafür kein Base Ich war auch nicht erster Jungs Ey schreibt mir mal die Ablöse Habt ihr nicht mehr Ich hab Schäpffaden 26 4 32 Ich mach 32 oder 4 Was hat der letzte gemacht 15 Aber wenn die andere ist eigentlich Ich bin tot Benni ist dort Dort wie Elefant auf Elfenbeinjagd Ich hab keinen Bock auf Mockenschule Wer hat da schon Bock drauf Digga Morgen arbeiten alter Nass Mal Small Ach deshalb hast du geschrieben ab Montag oder Dienstag mit CSGO Mock Mhm Weil mein jetziger packt nicht mal CSGO Ja Kenn ich Was? Kenn ich Deine auch nicht Deine auch nicht Wenn der nicht schaffen würde Wären das aber schlecht investierte 2000 Euro doch Oh Hast du 2000 Hast du 2000 Geld dafür ausgegeben 2000 Geld Ja Digga 2000 YouTube Mani saß grad in der linken Hosentasche Wie viel FPS hast du? 1000 bis 2000 1000 in der Aufnahme und Wo schifzt jetzt mal wieder? Jungs hast du den geballert alter Wer hat das nochmal gesagt dass der Irgendwer meinte wenn er Baut hört man das klicken nicht er no shiftet Aber wenn er kämpft hätte man das klicken Nein Ja das Knockpick von Artrix Jungs ich glaub das wird nichts mit 2,3 zu nehmen Boah ich muss futzen Ah Digga Ey Ich habe ihn in der Luft gerollt Ich bin grad ein Wuhu Boah Digga der stinkt Ja ich hab kein einziges Eisen Boah der stinkt ja richtig Digga Boah Wie legit Artrix ist alter Ich hab's Boah Digga Fenster Ich hab Ja gut Mama komm mal her Fenster aufmachen Ich geh ohne Ich mach nur Armour Challenge okay Ah okay Okay hier Gönn dich Keine nur Armour Challenge alter Wir müssten 13 Armer machen MISIT Wenn wir nicht oben haben machen wir einfach 13 auf TNT Schutz okay 2,13 ne Ja können wir auch machen Ich hab alle down Arm und ankommen Geh hoch Geh hoch Geh hoch Geh hoch Junge keine Iron Ja auch nicht Digga So ein Scheißbogen hier Ich hab nur Ein Schwert Und einen 1er Chessplate Einen 1er Chessplate Dein deutsches Armour Wesen Und hier liegt ein Eisen auf dem 1stack Oh mein Eisen Zeig dir gar nicht Das wird ein Warp oder Ich dachte du hättest alle die Neb noch Moritz Ja ich hab die die unseren 1stack gepusht haben Ja jetzt wird 8sbow Duell Ey Schieß mich doch nicht ab ich hab dir nichts getan du Hurensohn Ich hab dir Artrix noch weg gerade gesehen alter Ne War schon legitim Digga die sind oben Hätt ich jetzt nicht gedacht Kottisch Wie schreibt irgendwer Hey Was ist das für ein Assozianter der schieß mich hier ab Alter Assi man das macht man nicht Er schickt dir wie Babys den im 2k17 man nur ab's gern Geh mal raus Moritz eifer Ich hab doch Gott ich kann ihn abhalten Du weißt eh nix Schuss Tschüss Junge Wie trocken der da vorbeigeflogen ist Wie trocken der da vorbeigeflogen ist Ey jetzt kommt kurz aufgehauen Ich kenn halt nicht vor man Au Au Der bogen alter ich raste aus Ey komm Fliko 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 Indri Dann Fliko Indri Indri Brrr Ich bin tot Ah der kommt echt einer ich hab den Bogen Ich bin schief Ich bau mal Bett ein Ich bau mal Bett ein Ich bau mal Bett ein Jungs Jungen wenn Artrix legend ist Ugo it's never legend Jungs Bett ist eingebaut Jungs Bett ist eingebaut Der kann hier nicht rein man Oh das ist oben noch auf Jungs das ist oben noch auf das Bett Jungs 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 Ja natürlich, aber vollkommen komplett nur uncut. Ja natürlich. Ich kann nicht schreiben, ich habe gebrüttelt.